Die Wicht Die Wicht Die Wicht Die Wicht Die Wicht Die Wicht Das ist ergebucht. Naja, jetzt hat sie keine Bitte mehr. Und du magst ganz frech weiter. Und du bist schlimm. Was ist denn das? Wie schaut es denn da schon wieder aus? Ha? Stefanie? So. Und wer räumt sie wieder weg? Na, pfui. Na, schau nur. Ah, ist da wer schuldig? Ich habe mir ja geholfen. Und die geht schon, schau. Und du liegst im Dreck. Dann schau dir das einmal an. Dann schau her. Ihr Schweindl. Und dann holen wir noch den, den wir sie auch geholt haben. Ja, sicher. Traust du nicht mehr weitermachen? Na, das sind wieder viele Müllsäcke. Ja, schau mir die gleich. Pfui, schau mir die. Ja, schau mir die nur. Ja, schau mir die. Bäh. Bäh. Stefanie. Stefanie. Ja. So schaut's aus. Danke. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir haben ja schon. Ja, genau. Ja.